Es ist nicht leicht, wird's nie sein. Es wird schwer sein. Hör auf, darüber nachzudenken, was die Leute wollen. Hör auf, darüber nachzudenken, was ich will, was er will, was deine Eltern wollen. Was willst du? Das Wichtigste ist nämlich, was du über dich selbst denkst. Wenn du etwas unbedingt haben oder jemand anderes sein willst, dann steht dir nur eine einzige Person im Weg, nämlich du. Dass sich jeder von euch auf irgendeiner Art selbst im Weg steht. Lass dir von niemandem das Gefühl geben, du hättest nicht verdient, was du willst. Gib nicht auf!